moin moin und herzlich willkommen zurück zu let's play the forest wir haben dieses geile ding hier gefunden gehabt wo so viel dynamit und dynamit und andere sachen gab und limo auch ich habe aus versehen zwei stücke tun gehabt weil ich auf die taste 1 einmal obs habe womit ich hier auch aufnehmen auf dem bildschirm hier auf dem zweiten hier da ist immer obs und leider ist es auch hier ein fix lot wieder spiel zum trinken deshalb das dann jetzt irgendwie beim aufnahme beenden und beim starten zweimal getrunken war jetzt nicht gerade toll aber naja was will man da machen leider habe ich noch nicht mir eine elgato geholt wenn ich einfach darüber aufnahme beenden und starten aber bis dahin muss ich erstmal damit klarkommen was ich habe und ich würde sagen wir sind auch auf dem weg vielleicht ist das sogar der richtige weg ausgang zu finden ich meine haben wir jetzt eine neue axt ich glaube die todköpfe markieren uns immer die wege dann müssen wir hier durch durch dieses ganze eklige zeug ich würde jetzt aber wirklich gerne wissen wo es hier eigentlich raus geht bestimmt einige von euch in den kommentaren wissen das auf jeden fall bestimmt schreibt ihr mir auch die ganze zeit so wo es lang gehen würde ich habe leider keine ahnung und wenn ich das dann lese dann ist es eh schon wahrscheinlich zu spät da war ein licht das muss der weg sein wahrscheinlich ich sehe gar nichts ich sehe gar nichts Naja, ich geh wieder hoch. Hier ist kalt und du wirst nackt, bauen Feuer um dich zu wärmen. Ja ja, ich bin gerade auf dem Weg bevor ich hier trinke. Ich habe hier glaube ich ein Feuer, da ist Lagerfeuer aufgebaut. Was ist hier? Ich habe hier das Strain gehört. Okay. ja weißt du was, dann bauen wir hier eben so ein kleines Polisor aufs Feuer ja, ich weiß, dir ist kalt so keine Ahnung, wo ich hin muss aber irgendwo haben die gespielt so Geht die auch weiter. Das ist der Weg, bitte sei der Weg. Bitte sei der Ausgang. Ich will in die Nause. Nee, du musst einfach nur noch ein Schädel. Da. Mittlerweile gar keine Ahnung wo es hier raus geht. Der sagt auch in diese Richtung. Den hatten wir schon, aber den hier glaube ich noch gar nicht. Ach, den hatten wir schon. Wer sagt diesen Weg? Wer sagt auch diesen Weg? Muss es hier doch irgendwo Ausgang geben? So muss man hier klettern. Ernsthaft jetzt? Ist kein Ausgang. Oh. Oh. Oh, jetzt steckt die fest. Habe ich mich in so einer Scheißhöhle verirrt? Und finde den verkackten Ausgang nicht. Auf jeden Fall so ein richtig trauriges Lachen. Da sind wir wieder. Das müssen wir doch hier entlang. Ja. So. Jetzt eben einen Knall Snickers für zwei. So. Jetzt eben nochmal einen heißen Kaffee. So heiß ist der jetzt mittlerweile nicht mehr. Hier oben weg. Ja. 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 Nein. Äh. Auf einmal dunkel. Hört ihr das? Ja. 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 puisque her. Ja. Wasss24. Oh! Muschi Klaus! Warte mal... Bin ich hier oben sicher? Ich glaube hier oben passiert mir nichts. Warte mal... Ich habe eine Idee. Mit den Dingern kann ich hier Molotov-Druck-Sets machen. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 1, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Kaminieren 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 Und außen Erstmal die kleinen hier Kaminieren Hoppala! Kaminieren 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 Ich habe ihn mit ihm geholfen. Boah, ich habe echt die Angst vor Muschikalen. Warte mal, die haben ja das Dynamik, da haben wir Dynamik, da. Ja? Sind sie alle tot? Warte mal. Ich kann keinen mehr geben von dem. So, jetzt habe ich Angst nach Hause zu kommen. Du Liste aktualisiert. Noch mehr Koffer, nice. Vielleicht gibt es hier wieder Alkohol. Ja, Alkohol. Alkohol bringt uns Leben. Medizin, nice. Boah, ich hasse, wenn das Feuerzeug ausgeht. Medizin noch mehr, nice. Nein. Kann ich mir Medizin tragen? Ah, ne. Benzin, und? Was hätte denn zwei gesammelt? Benzin? Okay, wofür brauchen wir Benzin? Wenn wir jetzt hier auch Autos fahren können oder so. Ja, wofür haben wir einen Computer. Ja, wie viele Babys hier sind. Jetzt. Habe ich gedacht, wir können das frei machen und das bekriegen, was da drunter liegt. ist. Da bin ich. Da ist zur Seite. So, jetzt geht es für uns weiter hoch. Und ich hoffe, dass wir zum Ausgang. So, wo sind wir überhaupt? Da können wir jetzt nicht drauf gucken. Ausgang. Warte mal, eben ganz schnell. Zeichen, Signal, ne. Äh. Ich wollte den hier wieder machen und den hier auf auf blau. So. Au da. Damit wir wissen, hier geht es um Dynamit. Jetzt müssen wir da rüber. Wo sind wir genau? Da unten im Süden. Lass mich raten. Unser, äh, Dorf, Siedlung, was auch immer, ist ganz weit im Norden. So. Eben ganz schnell. Kleines Feuerchen. Ok. Das sieht nach Essen aus. Au da. Okay. jetzt will ich nach hause da muss sich ja zumindest zum teil füllt die kettensäge wieder dabei erwarten trailer war da ja eine untergrund der tobi hatten damals im cross let's play auch richtig spaß gehabt mit der kettensäge so mir ist mal gefragt was das fund hier ist aber da werden wir werden wir sind also im osten der karte zu wissen jetzt wo wir die karte haben wir auf jeden fall hier wissen die insel ab punkten die schauen was es hier gibt es wir was finden und das haus oder warte funktioniert ja wenn wir unsere festung ja da hinten doch in wirklichkeit machen werden lassen rechts und haben wir hier wo ist denn der rest vom holz waren 16 wo ist denn der rest aber dann können wir das alles nun mal wieder weg machen wo ist denn der rest wo ist denn der rest wo ist denn der rest wo ist denn da hinten unsere siedlung da bauen beziehungsweise unseren da hätte ich mir vielleicht dürfen Echt wirklich ein kleineres Float bauen sollen. Dann wären wir schon mal drüben. Auf der Insel. Da können wir mal überlegen. Kriegen Unterkünften und so. So, was bauen wir. So. Fundament. Ja, dann würde ich sagen, wir fangen von hier an. Ne. Wir fangen hier hinten an. Hier. Ja. Na. Hier. Ah. Ja. Ja. doch eher hier oben ja wird wieder auf jeden fall teuer allemal hier hin und dann noch ja wird auf jeden fall teuer sehr teuer aber das wird dann unsere burg das wird unsere festung auch später plan was man hier unten dann machen kann vielleicht bauen wir hier unten irgendwie so ein weg rein keine ahnung wir hatten doch hier irgendwo war unser lagerfeuer hier der zelt ist weg ne falsche taste unterkunft und dann würde ich sagen wir bauen uns erstmal da vorne auf so eine kleine unterkunft dass wir dort auf erstmal bis wir da fertig haben alles dass wir dort vorne erstmal kennen können und weil sie speichern auch unser spielforscheid auch nicht immer so schnell verloren geht ja das muss reichen dann bauen wir das ding mal ja so hin ja eine und stecker fehlen und die beiden da gibt es wieder stecker und da ist der nächste da ist der nächste ich habe hier nicht noch ein schnuck dann halt nicht dann muss ich halt darüber gehen dann stelle ich noch einen baum stelle ich noch einen baum so jetzt haben wir genug stecker und den baum hin da ist der hat fünf stelle so dann muss ich auch zusehen dass ich gleich mir was zu essen mache sonst verhungrere ich auch noch wenn ich speichern gehe so oder warte wir haben hier noch eine riegel und eine dose nice 1 4 5 und die sorge die ich jetzt habe ist die ureinwohner wieder kommen wie sie das dahinter schon tun und kommen die auch mit ihr mit ihren dingens da mit ihren elite die dem jonas da oder den musik dem jonas da das die jetzt nicht herkommen auch nur einen verkackten stamm noch der der die der die sind dahinten glaube ich ich meine da hinten auf ne da sind sie und hopp jetzt ist man richtig am rasen jetzt gerade was hier haben wir schon mal unsere tüte erste und dann würde ich sagen wir sehen uns in der nächsten folge vielen dank dass ihr wieder mit dabei war und 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 und